Ich hatte dagegen nichts zu erwidern. Er fuhr fort. »Schon recht, mein Herr, schon recht. Sie können mich nicht leiden. Auch das begreife ich wohl und verarge es Ihnen weiter nicht. Wir müssen scheiden, das ist klar. Und auch Sie fangen an, mir sehr langweilig vorzukommen. Um sich also meiner ferneren, beschämenden Gegenwart völlig zu entziehen, rate ich es Ihnen noch einmal. Kaufen Sie mir das Ding ab?« Ich hielt ihm den Säckel hin. »Um den Preis?« »Nein.« Ich seufzte schwer auf und nahm wieder das Wort. »Auch also. Ich dringe darauf, mein Herr, lasst uns scheiden. Vertreten Sie mir länger nicht den Weg auf einer Welt, die hoffentlich geräumig genug ist für uns beide.« Er lächelte und erwiderte, »Ich gehe, mein Herr. Zuvor aber will ich Sie unterrichten, wie Sie mir klingeln können, wenn Sie je Verlangen nach Ihrem untertänigsten Knecht tragen sollten. Sie brauchen nur Ihren Säckel zu schütteln, dass die ewigen Goldstücke darinnen rasseln. Der Ton zieht mich augenblicklich an. Ein jeder denkt auf seinen Vorteil in dieser Welt. Sie sehen, dass ich auf Ihren zugleich bedacht bin, denn ich eröffne Ihnen offenbar eine neue Kraft.« »Oh, dieser Säckel! Und hätten gleich die Motten Ihren Schatten schon aufgefressen, der würde noch ein starkes Band zwischen uns sein. Genug. Sie haben mich an meinem Gold. Befehlen Sie auch in der Ferne über Ihren Knecht. Sie wissen, dass ich mich meinen Freunden dienstfertig genug erweisen kann und dass die Reichen besonders gut mit mir stehen. Sie haben es selbst gesehen. Nur Ihren Schatten, mein Herr, das lassen Sie sich gesagt sein, nie wieder als unter einer einzigen Bedingung.« Gestalten der alten Zeit traten vor meine Seele. Ich frug ihn schnell, »Hatten Sie eine Unterschrift vom Herrn John?« Er lächelte. »Mit einem so guten Freund habe ich es keineswegs nötig gehabt. Wo ist er? Bei Gott, ich will es wissen.« Er steckte zögernd die Hand in die Tasche und daraus, bei den Haaren hervorgezogen, erschien Thomas Johns bleiche, entstellte Gestalt, und die blauen Leichenlippen bewegten sich zu schweren Worten. »Justo Juditio Dei Judicatusum. Justo Juditio Dei Condemnatusum.« Ich entsetzte mich, und schnell den klingenden Säckel in den Abgrund werfend, sprach ich zu ihm die letzten Worte, »So beschwöre ich dich im Namen Gottes entsetzlicher, hebe dich von dannen und lasse dich nie wieder vor meinen Augen blicken.« Er erhob sich finster und verschwand sogleich hinter den Felsenmassen, die den wildbewachsenen Ort begrenzten. Er ist nicht warum, er wurde die Vielen Dank.